Hallo! Ich hab keine richtige Ansage. Hallo! Wir spielen zusammen Koks und Roberts. Aua! Und dabei ist der Kalibur. Jetzt hüpf mal. Und der Manuel. Und Rebi. Und Nick. Und das war's. Okay, und ich bin der erste. Und scheiß auf den Kaktus. So, okay. Dann nehmen wir mal mein Equipment. Hallo! Oh nein. Bitte lass uns nicht mehr raus, Alter. Ohne Scheiß. Nein! Nein! Oh ja, das ist cool. Ich geh nun to the prison. Wir checken erstmal unsere Gefangenen. Aber guck dir diese Homozelle an! Diese Freundin! Hast du was gesagt? Die bleiben mir schon besser hier. Was glaubst du was? Nur einmal Zähneputzen, warte. Einmal Zähneputzen, Zähneputzen. Oh, du siehst schon ein bisschen sweet aus mit dem Via-Helm, ne? Ich weiß, ich bin da ein Sextiger. Du bist voll heiß, Alter. Okay. Okay, wir haben natürlich auch diesmal wieder... Uns ist auch eingefallen, dass da hinten eine PvP-Arena ist. Und da würde ich einfach mal sagen... Ich nehme jetzt mal... Wer von euch beiden nimmt auf? Manuel oder Malte? Immer beide, Alter. Okay, dann nehme ich jetzt erstmal den... Nick, du kommst jetzt hier mit raus und steilst dich hier. Genau hier hin. Wenn du da stehst, kriegst du eine Schelle. Wenn du wieder zurück in die Schelle gehst, kriegst du noch eine Schelle. Wenn du in die Schelle gehst, kriegst du nicht. Komm jetzt raus. Ja, Junge. Nein, was genau? Hey. Komm! 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 Diese Freunde! Wir sind keine Freunde! Diese Freunde, Mann! Okay, ich geh doch schon krass. Nick, komm raus. So! Ich will doch eskalieren. Nick, stopp! Du bleibst jetzt hier stehen, okay? Ja. Du machst erstmal 40... Nein, 40.000 Beugen. 40.000. Du machst die Knie beugen, Kani. Nein, du machst Liegestützen. Wenn du das nicht lernst, dann... Was macht ihr da, Alter? Ich will nicht mehr! Ich hör ja schon auf, ich hör schon auf! Komm mal her! Nein! Ich hör auf! So, okay. Malte... Ey, bitte tut Kani bei, bitte! Ja, komm raus! Bitte! So, komm raus! Mann, jetzt hab ich wieder so eine scheiß Aufnahme! Wie immer! Malte, kommt jetzt hier hin und... Ihr macht jetzt Nick, jetzt kommst du auch hier hin! Nick, komm hier hin! Ja! So! Und Manuel guckt jetzt Nick an und Nick, Manuel, jetzt mach dein Anstabettel! So, ich bin Manuel, du Spasti, Alter! Ich bin in der Zelle, du Mondo! Du sollst ihn auch angucken! Malte... Ich kann ihn nicht mehr angucken, Mann! Malte, die steht nur dabei! Mein Gott, ey! Und jetzt bückt ihr euch und macht dein Anstabettel! Los, bückt euch! Oh, das ist so spannend! Ey, Petrit ist in der Zelle! Los, blinzelt! Los, blinzelt! Was?! Los, blinzelt! Komm, okay! Manuel, warum ist bei dir nicht da? Wo ist... Wo ist... Malte! Malte! Der ist doch da, du Idiot! Wo ist der? Was ist los? Ey! Was soll denn da? Ist die VP aus oder weg? Geh da rein! Ja, ich geh doch! Ey, tut den Kalibur! Tut den Kalibur! Nein! Ich war das nicht! Okay, kommt ganz kurz mit und ihr kämpft jetzt gegeneinander. Kommt! Geht da vorne lang! Befreit uns! Geht da raus! Ja, ich geh doch! Aber diesmal... Diesmal nicht verarschen! Dies das! Wo lang? Warte mal! Ey! Stopp! Hier lang! Los, ihr Tauben! Okay, erstmal... Ihr Tauben! Ne! Da geht ihr nicht hin! Ey, die map ich ja ganz anders! Die kenn ich ja gar nicht so! Zurück! Irgendein Jocker hat mein Gefängnis umgebaut! Hammer sparrant! Mädchen so hier... Ne, hier auch nicht! Ich werd hier vergewaltigt! Jaja, läuft bei dir! So, jetzt geht ihr da rein! Hier in diesen Boxing Rig! Nun, weil ich Albaner bin! So! Da jetzt! Da rein! Jetzt die Frage, wie kommt man da hoch? Hier ist doch schon da! Okay! 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 Pass auf! Wir machen jetzt einen Kampf! Manuel darf nur links und rechts laufen! Und Maltus niegt die ganze Zeit! Und derjenige der gewinnt, der kriegt einen Aschgekopf! So! Wir können gleich متutreiben! Hah! Nein! Wir können ja... Warte mal... Wollen wir den schon auf unseren GAMEMODE ändern? Alter! Ich hab nicht mehr Hungerschaden! Ja Alter! Du kannst mich gern von hinten nehmen! Aber lass doch alles... Du musst das schlagen, ne? Ich will nicht küschen zu dir. Das ist das heiße sowas! Komm her du hessisch! Ich bin die kriechende Schnecke, Alter. Ich bin fertig jetzt! Du siehst aus so rosa aus, du siehst aus wie ein kriechender Penis. Mir wurde aufgetragen, dich zu boxen und das tu ich dann auch. Oh, ich steh drauf. Joaaj, Möbi! Gipp ihm! Du Hähnstiger! Ja, es war ganz knapp, ob wir gerade gewonnen haben. Nein! Ich hab mir keine Zeit, ey! AJA! Los! Manuel, wir gehen jetzt erstmal was essen, komm! Oder warte, Manuel, geh erstmal hier rein! So, tschüss! Was ist das denn? Hast du viel, wusstest? So, und jetzt nehm ich mal den süßen... Wen nehm ich mir denn jetzt? Da sind Malte, Nick und Petrit Wer war denn noch nicht draußen? Ich glaub... Nick, Nick, ja, Nick Nick, kommst du bitte raus? Ja So Nein So, Nick Ich bin so niederzulant Ja, danke Du gehst doch was mit mir speisen, und zwar meinen Samen Nick, komm nicht raus Ja, warte, wir gucken dir auch zu Guck, hier, hallo Hi, bitte lass mich raus Nick, drück auf den Club Das ist ein Hebel Nick, du rückst nicht den Hebel Drück auf den scheiß Hebel Ich soll den Hebel drücken? Ja, drück drauf Nein, Nick, du gehst jetzt in die Bibliothek und bildest dich Drück da drauf Geh in die Bibliothek und bilde dich Ja, ich bin dabei, ich bin dabei, ich bin dabei Und du kommst jetzt mit und bildest dich auch Geh mit Ich bin so behindert, Alter Aha, hier, mach nen Kampf Oh, das Kamasutra Oh, das geh ich jetzt hier mit dem Deck mal ausprobieren Oh, das geh ich jetzt hier mit dem Deck mal ausprobieren Manuel, du zitierst jetzt bitte Rotkäbchen, los Oh, warum hast du so große Augen? Weil deine Titten so unendlich geil sind Weiter Oh, warum hast du denn so ein großes Maul? Damit ich denn deine Fotze da reinstecken müsste Oh, warum bist du denn so behaart? Weil ich mich nicht rasieren kann, weil ich perfekt am alt bin Malte hat das Spiel in Reisung nach Jerusalem Ja, Alter, wir haben okay Was für Angst Was für Angst Nein, ich will nicht Oh, sag mal, hier fällt grad mal auf Das Geschichte von Rotkäbchen mit dem großen Maul und dem dicken Auge Oh, doch Malte ist perfekt Soll ich hier bleiben? Manuel ist gehen fast, du bleibst da hinten und liest weiter Nein 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 Bleib stehen Okay Entschuldigung Guck mal hier Hier, du machst jetzt ein großes Mach ein Häufchen Ein Häufchen? Ein Häufchen Oh, warte, warte, warte Oh, jawohl Ich habe gerade die Situation ausgenutzt, um einen ziehen zu lassen Dankeschön, Mama Aua Aua Nein Nein Kann ich jetzt die App können? Ja Der hohe Sohn So, Nick, dir vertraue ich Nein Nicht mit dem häufchen Getackt, du Malte, du vertraust mir Okay Stirb Nein, Malte, du bist bei mir Du bist bei mir Malte, du bist bei mir Malte, du bist bei mir Malte, du bist bei mir Okay Ich führe diese Scheiß-Map Malte Where ever you are La 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 Komme Tanz Ich tanze und warte, ich mache noch Licht hier Oh ja Oh ja Das macht keinen Sinn, Alter Okay, ich lauf weg Hör auf 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 Ich bin so behindert Nein, ich will auch ein Dildo Ich spiele Sinn zu! Nein! Ja! Ich tue nicht von mir! Scheiß die Wand an! Ey, das macht keinen Sinn, der will uns nur verarschen! Das macht keinen Sinn, Manuel! Nein, du komm raus! Boah, schweb, du wirst in die Tasche Elf der Charge! Ich schwöre! So! Nein! Du auch! Warum ich? Ich schwöre, ich brech Aufnahme gleich ab! Wenn du mich jetzt nicht sofort hier rausholst! Boah, yo, ey! Hier rüber! Ich schwöre, ich dachte dir! Okay, du hast den Sprung nicht geschafft! Du hast die Prüfung nicht bestanden! Du hast ja... Schaff den Sprung! Wie zum Teufel! Wer ist das da hinten? Petret! Ich komm zu dir! Chill doch, ich komm doch zu dir! Hä? Malte! Ohne... Wo macht das Spiel Sinn jetzt? Malte! Hör auf, alles zu zerstören! Manuel, du Hure sind... Malte, nein! Wieso boxst du mich mit der Faust? Ich will... Hast du dein Schwert verloren oder was du... Du hieß... Ich will, dass du einen schmerzhaften Tod stirbst! Stop, Malte! Du gehst Gewichte stemmen! Wenn du nicht 200 drückst, bist du am Arsch! Komm! Ja, okay, ich komme! Du schaffst doch nicht mal... Du schaffst jetzt nicht mal... Du schaffst jetzt nicht mal... Nein! 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 Komm mit, Manuel, komm mit! Nein! Nein, nicht da hin! Ich will dich jetzt zurück ins Gefängnis! Was soll die Kacke? Wir sind... Manuel, du bist gestein! Nein! Nein! Wo bist du, Gamer? Wo bist du, Alter? Ich stecke hier in so einer Privatzelle, in der Bücherei, in der Nähe von der Bücherei! Nein! Okay, warte, warte! Ich komm zu dir, Alter! Nein! Alter, komm mal rein! Nein, Deal! Ich bring dich zurück ins Gefängnis, wenn du mich in Ruhe lässt! Ey, Petri! Für eine Arsch! Ich fick dich, erzunehmt dann! Du schaffst! Renn dich an mir vorbei! Nein! Lass mich frei! Ich werde dein ganzes Arschloch mit Samen füllen! Du wirst schon sehen! Nein! Hallo? Hier? Wo ist der? Ja, hier! Alter, ich treff den nicht! Der ist zu hässlich für meine Feine! Die blocken an dem Arm an seiner Hand! Nein! Nein! Komm, los! Wo ist dieser Geheimweg? Wo ist dieser Geheimweg? Ich kann mich hier nicht aus auf der Map! Yo! Als ob er es überlebt hat! Nein! Ich komme! Nein! Leute, komm! Nein! Wie komm ich jetzt zurück? Egal, YOLO! Nein! Wir brauchen einen Hebel, Mann! Ich bin nicht gestorben, was soll die Kacke? Ich hab einen Hebel! Ich kann nicht auf Gefangenen stehen! Was soll das denn? Wohin? Ich will da mitfahren! Freiheit! Okay! So! Mann, ich hab's vergessen! Komm mal mit nach oben! Wie ich einfach mal instant vor dir spawne! Und du hässlicher Spasti! Guckst einfach! Drehst du irgendwie nix! Drehst dich von mir weg! Ja, ich hab einen Hebel, falls du einen brauchst! Also... Mach ich mal lieber! Bist du eigentlich geistig behindert? Tut sich nix! Okay! Manuel, pass auf! Hier! Du hast doch noch meinen Stock, oder, Manuel? Nein! Wenn man stirbt, wird das Inventar geklärt! Okay, Manuel! Hier kriegst du... Du bist jetzt Polizist, okay? Oh, jawoll, Alter! Hier hörst du die kleine Sirene! Das ist schon scheiße, ne? Jetzt jagst du mit mir die anderen! Oh! Gut! Mann, wenn du mich verrätst, ne? Ich schwöre, Alter! Wuuu! 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 Mach! Geh! Jetzt! Ich steck dich in den Pistens! Scheiße! Bin durch! Wuuu! Da sind die! Wuuu! 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 Kann ich denn nicht aufhören? Wuuu! 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 Ich hab sie gewundert! Wuuu! 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 Was soll das denn? So, du warst so. Manuel, du wirst es schaffen. Habe ich die Kacke lange ich mal gespielt? Scheiße. Komm, ich schaffe es auch. Nein! Warum kann ich nicht... Ja, okay. GG. Schickt euch alle, ja. Komm, leckt mich alle am Sack, ohne Witz. Ihr seid die miesesten... ...die Gefangenen, die es auf der ganzen Welt gibt. Manuel, ich hab dir Dinger mitgebracht. Ja, ich hab dir das hier mitgebracht. Ja, ich würd sagen, unerwarteterweise hat unser Ausländer mal wieder verloren. Das ist ein bisschen absehbar. Ich würd sagen, wir sehen... Cool, dass meine Aufnahme so gut geworden ist. Danke. In einer neuen Folge von... Wer wertet das, Leute? Petrit, der alte Räuber. Tschüss. Tschüss. Fickt euch.